Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ihr habt es vielleicht mitbekommen, die letzten Tage passierte das hier. Ein Countdown wurde geschaltet von Linkin Park. Das hat natürlich Spekulationen angeheizt und ich dachte mir, wir gehen mal ein bisschen durch, was ich davon halte. Das Spannende hierbei ist der Mittwoch, weil nämlich Rock am Ring mithalte, dass es am Mittwoch Neuigkeiten gibt. Zufälligerweise dann, wenn der Livestream endet. Ich dachte mir, wir lesen uns einfach mal gemeinsam den Artikel durch. Vielleicht gibt es ja einen Zusammenhang. Die Spekulationen um das Line-up von Rock am Ring 2025 werden von gleich zwei Seiten angefeuert. Kommt am Mittwoch der Linkin Park Hammer? Musikfans, die im Juni 2025 den 40. Geburtstag des legendären Open Air Festivals Rock am Ring feiern wollen, erwarten mit Spannung den bevorstehenden Mittwoch. Vielsagend kündigte der Rock am Ring Veranstalter am Freitag an, dass es am 28. August offenbar Neuigkeiten gibt. Am Samstagabend 24. August sorgte dann ein weiterer Social Media Post für frühzeitige Ekstase und Euphorie bei vielen Rockfans. Die US-amerikanische Band Linkin Park veröffentlichte und kommentiert einen 100-Stunden-Countdown, der passenderweise am Mittwoch endet. Für viele ist damit klar, Linkin Park stehen bei Rock am Ring 2025 auf der Bühne. Ganz abwegig ist der Gedanke nicht, obwohl sich Linkin Park-Frontmann Chester Bennington 2017 das Leben genommen hatte. Bereits Anfang Mai 2024 berichtete der Musik Express über Spekulationen zu einem Linkin Park Comeback im Jahr 2025. So hieß es, dass die Booking-Agentur WME bereits Veranstaltungen, darunter auch Festival-Auftritte, für die Band planen solle. Mit dabei sollen die Originalmitglieder Mike Shinoda, Brad Delson und Dave Forell sein. Singen werde möglicherweise eine Frau, so die Spekulationen. Also ich denke nicht, dass es eine Frau ist. Ich weiß auch gar nicht, woher diese Spekulationen kommen. Es gab irgendwie gar keine Gründe oder gar keine Hinweise darauf. Außerdem, warum sollte eine Frau jetzt Sängerin bei Linkin Park sein? Und das ergibt für mich ja gar keinen Sinn. Wenn die 100 Stunden runtergezählt werden, bin ich 110% davon überzeugt, dass Mike Shinoda, Phoenix und Brad Delson, die werden auf jeden Fall bei Rock am Ring sein. Aber ist es als Linkin Park? Und dann habe ich diesen Artikel gefunden und ich fand das eigentlich sehr spannend, weil ich dachte, hey, singt nicht Chester Benningtons Sohn? Wäre das nicht irgendwie einigermaßen vertretbar für Hardcore-Fans, wenn der Sohn von Chester singen würde? Und jetzt nicht den Platz einnehmen würde von Chester, sondern einfach zur Band stoßen würde. Aber dann wurde natürlich ein Artikel verfasst und der macht das Ganze sehr, sehr, sehr spannend für mich. Letztes Jahr bestätigte Mike Shinoda, dass es keine Tourneen oder neue Musik in absehbarer Zeit geben wird. Wohlgemerkt von Linkin Park. Behaltet euch das mal im Hinterkopf. Der 46-Jährige, wir sprechen alle paar Wochen miteinander. Doch die einzige Neuigkeit bezüglich Linkin Park, die ich für euch habe, ist, dass keine Tourneen, keine Musik, keine Alben in Planung sind. Lasst mich euch das einfach sagen. Behaltet im Hinterkopf, dass das nicht passiert. Wenn man zwischen den Zeilen liest, dass das nicht passiert, dass es kein Linkin Park-Comeback sozusagen seit dem Abschiedskonzert geben wird. Aber was wäre denn, wenn das hier ein Comeback feiern würde? Könnt ihr das sehen? Das hier? Und dann haben natürlich findige Leute herausgefunden, dass es womöglich das hier bedeuten könnte. Guckt euch das hier mal an. Als Zero wäre das möglich, dass quasi nicht Linkin Park zurückkommen, sondern Zero. Die Band, die es quasi vor Linkin Park gab. Mit Wakefield als Sänger. Und somit könnte man das doch umgehen, dass niemand hier Chester Bennington ersetzen würde, was ja sowieso nicht der Fall ist. Die letzten Tage habe ich so drüber nachgedacht und eigentlich wäre das so im Linkin Park-Spirit am idealsten. Du hast jetzt nicht die Situation, dass wirklich Leute denken würden, obwohl das absolut nicht der Fall ist, dass Chester Bennington irgendwie ersetzt wird und ausgetauscht wird. So hast du die Formation, die einfach davor da war und eigentlich ist das klug. Könntest du auch so sagen, ja gut, für Linkin Park gibt es jetzt keine neue Musik und es ist nichts geplant, dass wir zurückkommen. Aber trotzdem hast du als Band die Möglichkeit, wieder aufzutreten. Eigentlich ist es wirklich ein Geniestreich. Natürlich wurde dann auch getrollt von Mike und Joe. Das ist nämlich das hier. Uh, ganz überraschend. What is this? We need to talk. Dave and Brad told me to post it. I have no idea what's going on. Natürlich nicht. Auf zum Batmobile, Robin. Wir wissen nicht, was hier los ist. Es ist eigentlich, es ist ja cheesy, ich finde es auch total lustig. Das wäre natürlich die Möglichkeit, wie das Ganze noch für alle Seiten okay ist. Was meint ihr dazu? Ich für meinen Teil, es ist ja nicht so, als hätte die Band ihn rausgeworfen. Es ist alles tragisch, was passiert ist. Und ich versuche mich immer so auszudrücken, möglichst respektvoll, weil ich niemanden irgendwie beleidigen will oder auf den Schlips treten will. Nicht, weil ich mich zensiert fühle oder sowas, sondern weil es einfach eine Thematik ist, wo man sehr vorsichtig damit umgehen sollte und die Worte sehr weise wählen sollte. Und eine Band, die jahrzehntelang zusammen Musik macht, sollen die nie wieder Musik machen dürfen aus Sicht der Fans. Und ich finde, das wäre auch falsch. Ich hätte es mir so vorstellen können, zum Beispiel, wenn es jetzt wirklich so gemacht wird, dass ein neuer Sänger präsentiert wird, was ich absolut nicht im Bereich des Möglichen finde. Denn ich denke nicht, dass Mike oder Joe oder Brad oder Rob oder Dave, dass die das selber gut finden würden und machen würden. Die wissen ja selbst, die haben sich alle geliebt, das waren ja Freunde, das war wie eine Gang. Und die würden das von sich aus gar nicht machen. Also das wäre absolut pietätslos und das wissen die auch selber. Aber wenn man es machen würde, wenn es die Möglichkeit geben würde, hey, Linkin Park feiert ein Comeback mit einem neuen Sänger. Eine Sängerin halte ich für absolut ausgeschlossen. Wäre so das Letzte, was ich mir wünschen würde, aus Sicht der Fans. Aber man könnte es machen, wenn es einen neuen Sänger geben würde, diese Möglichkeit, dass die alten Songs einfach nur von Mike und der Crowd gesungen wird. Das wäre irgendwie cool. Und neue Sachen, wenn es neue Sachen gibt, die werden dann eben mit dem neuen Sänger performt. Hätte ich jetzt, weiß nicht, ob ich damit ein Problem hätte, aber wäre einigermaßen vielleicht vertretbar. Eine andere Möglichkeit wäre noch gewesen, wie bei den Gorillas, einfach so ein Hologramm auf die Bühne zu holen. Wäre total freaky, wäre total futuristisch, aber wäre auch irgendwie irgendwie Quatsch. Und was haltet ihr davon? Was denkt ihr, was passiert am Mittwochabend zur großen Enthüllung? Ich bin der Meinung, Zero feiert ein Comeback und sie kündigen, dass sie bei Rock am Ring und den ganzen anderen Festivals, dass sie da einen Auftritt haben. Neue Musik ist geplant. Es bleibt spannend. Ich werde euch natürlich auf dem Lauf enthalten. Wenn der Countdown abgelaufen ist, werde ich mich ransetzen und dann natürlich dazu ein Video machen, weil es mich wirklich interessiert. Und wenn euch das gefallen hat, das war jetzt keine Reaction, sondern einfach mal vielleicht so ein News-Update, weil ich es spannend finde. Ich wollte generell schon mal was dazu sagen, weil diese Gerüchte um eine neue Sängerin, um einen neuen Sänger, die werden ja angeheizt. Es brodelt in der Gerüchteküche. Und jetzt hat sich das eigentlich so ergeben, dass man einfach mal sagt, okay, ich mache einfach mal ein Video dazu. Wird mich über euer Feedback freuen? Teilt mir eure Meinung mit? Was denkt ihr? Was passiert? Was passiert Mittwochabend? Ich freue mich drauf, eure Kommentare zu lesen und mit euch ein bisschen zu diskutieren. Und bedanke mich fürs Zugucken, meine Freunde. Macht's mal gut. Passt auf euch auf. Einen schönen Tag und Peace.